Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, eure Luzi. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es dazu kommt, dass sich Körper drehen? Da sind nämlich mehrere Kräfte im Spiel. Genau deshalb erkläre ich euch heute, was ein Kräftepaar ist und wie das Moment eines Kräftepaares berechnet wird. Hoffentlich bringt das ein bisschen Licht ins Dunkel. Legen wir direkt los. Dieses Mal habe ich ein Beispiel rausgesucht, das ihr kennen solltet, und zwar den Dauerbrenner jeder Party. Flaschen drehen! Schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Mit einer gekonnten Handbewegung übt die Hand die Kräfte F1 und F2 auf die Flasche aus. Diese Bewegung, die die Flasche in Rotation versetzt, entspricht einem Kräftepaar. Um ganz genau zu sein, es handelt sich um zwei Kräfte, die den gleichen Betrag und parallele Wirkungslinien haben und die in entgegengesetzte Richtungen wirken. Wenn wir versuchen, die beiden Kräfte zu einer resultierenden zusammenzufassen, merken wir schnell, das geht nicht. Weil der Betrag der beiden Kräfte gleich ist, sie aber entgegengesetzt wirken, ergibt sich eine resultierende Kraft von Fr ist gleich F1 minus F2 ist gleich 0 Newton. Das heißt, die Flasche erfährt durch das Kräftepaar keine Translation. Sie verschiebt sich also weder nach oben oder unten noch nach links oder rechts. Es passiert aber trotzdem was. Und zwar versetzt das Kräftepaar die Flasche in eine Rotation, also eine Drehung. Das heißt, dass die Wirkung eines Kräftepaares ein Moment ist. Hier nochmal die wichtigsten Facts zum Moment. Das Moment ist eine wichtige physikalische Größe. Es beschreibt die Drehwirkung einer Kraft, eines Kräftepaares oder sonstigen Kräftesystemen auf einen Körper. Die Drehrichtung ist abhängig von der Richtung der Kraft. Das Formelzeichen des Moments ist ein großes M und die Einheit ist Newtonmeter. Jetzt zu den Details. Das Moment eines Kräftepaars ist vom Bezugspunkt unabhängig und kann in der Wirkebene beliebig verschoben werden. Ein Kräftepaar kann also an jeden beliebigen Ort verschoben werden, ohne dass sich die Wirkung oder sein Moment ändert. Die Formel zur Berechnung, die sieht übrigens so aus. Das Moment M ist gleich Kraft F multipliziert mit dem Hebelarm A. Und der Hebelarm bei einem Kräftepaar ist der senkrechte Abstand der beiden Kraftwirkungslinien zueinander. Alles klaro? Dann können wir ja jetzt das Moment an der Flasche berechnen. Also, die Kräfte F1 und F2 sind betragsmäßig gleich groß, und zwar 10 Newton. Um das Moment zu berechnen, multiplizieren wir die Kraft mit dem Abstand der beiden Wirkungslinien A. Das sind 5 Zentimeter. Also 10 Newton mal 0,05 Meter. Und damit bekommen wir für das Moment dann 0,5 Newtonmeter raus. Tada! So einfach geht das. Jetzt müssen wir nur noch schauen, in welche Richtung sich die Flasche dreht. Genau! Gegen den Uhrzeigersinn. Mit der rechten Handregel finden wir dann raus, ob das Moment ein positives oder negatives Vorzeichen hat. Der Daumen zeigt dabei in die positive Drehachsenrichtung und die gekrümmten Finger in die positive Drehrichtung. Sehr gut! Dann stimmt das positive Vorzeichen ja auch. Wenn sich die Flasche in die andere Richtung drehen würde, dann wäre das Vorzeichen negativ. Supi! Dann fasse ich das alles nochmal kurz für euch zusammen. Also, ein Kräftepaar besteht aus zwei Kräften, die den gleichen Betrag und parallele Wirkungslinien haben und die in entgegengesetzte Richtungen wirken. Ein Körper wird von einem Kräftepaar in Drehung versetzt. Die Wirkung ist also ein Moment. Dieses ist unabhängig vom Bezugspunkt und berechnet sich über die Formel Moment M ist gleich Kraft F mal den Abstand der beiden Wirkungslinien A. So, jetzt seid ihr für die nächste Flaschendrehaktion gewappnet. Ich würde euch ja immer Wahrheit empfehlen. Ich musste bei Pflicht mal Gurkenwasser trinken. Das war nicht so lustig. Naja, also, dann bleibt fresh. Eure Luzi